so jetzt verwandeln wir diese zehn euro in dieser schachtel stecken wir erstmal schön hier rein so und aktivierung 1 2 3 der geldschein muss herbei und was kommt heraus natürlich der geldschein so kann man geld vermehren herzlich willkommen mein name ist mr fricky und heute zaubern wir mit dieser streichholz schachtel gemeinsam ein paar zaubertricks und das geht so wie du sehen kannst so und jetzt kommt es natürlich passt mal gut auf schön ausblasen und kein brand verursachen liebe kinder zu hause nur in beaufsichtigung eurer eltern und jetzt kommt es da ist sie wieder aber wir können sie natürlich auch wieder ganze rückwärts und weg und weg nun zaubern natürlich noch mit diesen zehn euro stein in der streichholz schachtel das geht so wir werden es erstmal schön klein machen dann stecken wir das natürlich wieder hier schön und aktivierung und ups wo ist denn der wohl geblieben dann wieder aktivierung na es geht noch nicht ganz man muss noch besser genauer und intensiver aktivieren und bisschen schütteln und pass mal auf 1 2 3 da ist er wieder so wer möchte ihn haben mit diesen zwei streichhölzern zaubern wir jetzt natürlich auch noch einen kleinen zaubertrick wir stecken diese zwei hier herein hier sind die zwei das war natürlich noch nicht der zaubertrick wie du sehen kannst aber aktivierung und jetzt geht es los 1 2 3 und zack und 3 3 3 3 ok dann versuchen wir mal wieder den zaubertrick rückwärts zu saubern indem wir versuchen zwei streichhölzern in die schachtel wieder zu bringen weil wir brauchen nur zwei weil drei ist eine ungerade zahl ok und der aktivierungstrick kennt ihr ja schon eins zwei drei und zwei kann man sehen ja mit dieser mister fricky münze kann man natürlich ebenfalls gut zaubern wir stecken sie herein da ist sie natürlich 1 2 3 der aktivierungsprozess ist herbei und natürlich 1 2 3 damit sie sicher wirkt und tagli die däglichignet doppelt däglich nicht campli nicht hin und etwas da hier ist Da ist sie wieder. Zur Auflösung kommen wir gleich. Bitte hier unten liken oder abonnieren oder einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich beantworte jede Frage und jetzt geht es zur Auflösung. So und hier zur Auflösung. Ihr wollt natürlich bestimmt sehen, wie der Trick funktioniert zu Hause oder zum Nachmachen. Und zwar ihr steckt hier einfach zwei Streichhölzer rein. Hier wie man sehen kann natürlich zwei. So jetzt kommt der ganze Trick und zwar ihr schüttelt das ganze Ding mit der Aktivierung. Eins, zwei, drei Aktivierung und hier sind drei. Natürlich hier auch. Ihr fragt euch wie das geht. Das sage ich jetzt euch, wenn das Licht angeht. Und zwar so. Hier sind zwei, hier sind drei. Der ganze Trick beruht darauf, dass die Schachtel hier halbiert wurde und zusammengeklebt wurde. Wenn man es dann so sieht, ist es nur halb halb zu sehen. Sprich halb halb ergibt dann einmal diese Seite und einmal die oberliegende Seite. Die klebt man hier einfach schön zusammen. Macht hier dann noch ein weißer Klebefilm drüber. Dann sieht es nämlich so aus wie hier. Und von vorne sieht man die ja kaum die Schachtel. Das heißt, hier sind zwei. Auf der Seite sind zwei zu sehen. Und jetzt fragt ihr sicher, wie das geht, wie das geht mit dem Wechsel. Einmal so wieder mal und dann wie in Zeitlupe. Und zwar das geht so. Drei, zwei. Ihr seht zwei. So. Und jetzt mache ich das so. Drei, und zwei. So. Nochmal zur Verdeutlichung. Ich nehme das einfach so. Drei. Dann machen wir dazu. Aktivierung. Und hier sind zwei. Es kommt nur auf die Schnelligkeit drauf an oder Ablenkungsmanöver. Wenn ihr bei den gegenüberliegenden Personen einfach ein paar Sprüche nehmt oder sagt, sie sollen am besten selber aktivieren, dann sind die so abgelenkt. Und die Illusion nimmt ihren Lauf. Und schon könnt ihr eure Zuschauer damit begeistern.